Komm Luis, Netz dabei, nochmal alles geben! Der Unterschied zwischen früher und heute ist enorm groß. Heute haben wir ein strukturiertes und professionelles Umfeld. Wir haben optimale Bedingungen für unsere Athleten und Athletinnen auf dem Tennisplatz, aber auch im schulischen Bereich. Und über 90 Prozent aller Tennis-Space-Mitglieder haben erfolgreich ihre Schule abgeschlossen. Wir versuchen natürlich das Beste aus dir rauszuholen durch Tennistraining, Conditraining, alles was notwendig ist, um es für einen Profi so gut wie möglich zu gestalten. Der Bundesstützpunkt bedeutet für unseren Landesverband Anerkennung, für unser Konzept und für unsere erbrachten Leistungen. Aber vor allem bedeutet er für uns Auftrag, absolute Top-Leistungen zu bringen, um national und international konkurrenzfähig zu bleiben. Die Tennis-Space Hannover bietet jedem Sportler ein optimales sportliches Umfeld. Kurze Wege, ein Experten-Team bieten allen Sportlern das, was man braucht, um Profi zu werden. Das hier ist wirklich top. Du hast Indoor-Tennis-Plätze, Sand-Tennis-Plätze, eine Condi-Halle. Du kannst deine Seiten bespannen, deine Schläger bespannen, alles gut. Ein eigenes Zimmer, Essen zusammen, alles gut geregelt hier. Das war eng heute, aber ein bisschen mehr trainieren. Nächstes Mal geht's dann weiter, Luis. Nächstes Mal. 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 Nächstes Mal.